Es ist 11.11 Uhr, Karnevalsbeginn. Ne, es ist der früheste Tag täglich, den ich je gedreht habe. Schuld ist schland, erkläre ich euch gleich nach dem Intro. Das ist Berlin, das ist Gigatec. Ich bin Armin hier, tagtäglich vom 27.06. Wir drehen wirklich, es ist 11.11 Uhr jetzt gerade, wir drehen vormittags das erste Mal, weil ab 16 Uhr in der Bundesrepublik Ausnahmezustand herrschen wird. Ich meine die Bundesrepublik Deutschland nicht, die Bundesrepublik Österreich. Österreich ist auch eine Bundesrepublik, oder? Ja. Ne, also in Deutschland ist Ausnahmezustand, beziehungsweise die Straßen werden leer sein und zwischendurch wird man entweder Freuden- oder Schmerzensschreie hören. Auch bei uns wird hier ab 16 Uhr natürlich Fußball geguckt und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, den Tag täglich heute schon sehr früh zu drehen. Das führt dazu, dass ich die Themen, die heute auf GIGA.de zu lesen sind, nur erahnen kann im Moment. Dafür habe ich umso mehr tolle Zuschauer-Kommentare rausgesucht. Wir haben gerade eine lustige Anekdote, die ich gerne erzählen möchte zum Thema Fußball. Island ist ja gestern ausgeschieden. Ich fand das gut. Einige, Monika vor allem, sind da nicht so erfreut drüber. Und dann haben wir gerade darüber geredet, dass gestern in dem Kommentar zu dem Island-Kroatien-Spiel ich das erste Mal gehört habe, dass diese Hurufe gar keine isländische Erfindung sind und schon gar nicht irgendwie in der Wikinger-Tradition begründet liegen, sondern dass der britische Verein, ich glaube FC Middleton, die haben das gemacht. Ein isländischer Verein war da zu Besuch oder hat da gespielt gegen die und die haben das sozusagen mitgenommen und importiert nach Island, diese Rufe. Die Wikinger sind ja auch besser in England-Heisens-Verein. Ja, das ist aber noch länger her, Frank. Und dann haben wir überlegt, was gibt es denn für isländische Fußballvereine und haben uns sehr tolle Namen ausgedacht. Bayern Reykjavik, Fenerbahce Reykjavik, Reykjavik United, Sporting Reykjavik. Reykjavik, das sind die vier großen isländischen Top-Clubs da. So, das war jetzt sehr blödsinnig. Wir schauen mal in die Themen, die heute im Laufe des Tages auf Giga.de erscheinen werden. Im Apple-Ressort schaut sich Sebastian die Top-Neuerung von macOS Mojave an und zeigt euch, auf welche tollen Funktionen und wir uns da freuen. Seit heute ist ja die, ist das so, die Beta seit heute verfügbar, ne? Genau, das heißt, wenn ihr den Artikel dann euch durchgelesen habt und sagt, das sind ja aber alles samt richtig geile Features, da möchte ich bei jedem Feature hoch machen, dann könnt ihr euch die in dem Testprogramm anmelden und die Beta gleich auf euer MacBook laden oder euren Mac Mini. Kann man die auch auf einen Mac... Wenn du das dann verliert, dann macht der Dark Mode. Genau, das könnt ihr unter Giga.de slash Apple lesen. Dann gute Nachrichten eventuell für alle, die Vodafone Kabelkunden sind. Es könnte sein, dass ihr ein kostenloses Upgrade und zwar des Uploads erhaltet. Unser Videoguru Severin hat das... Dem ist das passiert. Darf ich das sagen, Severin? Habe ich jetzt eh schon. Dem ist das passiert. Der hat nämlich heute vom Vodafone Service eine Nachricht bekommen. Hey, wir pimpen ihr einen Upload von... Nee, nee, nee. Du musst mich bei denen schon melden. Ach, du musstest dich bei denen melden. Du hast gehört, dass es die Option gibt? Genau. Mit Twitter hat er es gemacht. Severin hat davon gehört, dass es die Möglichkeit gibt, kostenlos den Upload zu erhöhen. Hat sich bei Vodafone gemeldet und bekam dann die Bestätigung. Alles klar. Wir upgraden ihren... Was war es bislang? 6 Mbit Upload? Genau. Auf 50 Mbit. Das heißt, Severin kann in nächster Zeit sehr hochauflösende Amateurfilme hochladen. Auf diverse Plattformen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also checkt das bei euch jetzt auch mal, ob ihr dafür in Frage kommt. Und hakt dann einfach mal bei Vodafone nach, ob ihr auch in Frage für ein kostenloses, richtig großes Upgrade des Uploads in Frage kommt. Mach ich auch mal. Machst du. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gerade habe. Wahrscheinlich 200 oder so. Das könnt ihr unter giga.de slash tech euch nochmal im Detail durchlesen, was da genau angekündigt wurde von Vodafone und wie ihr das eventuell nutzen könnt. Dann, das LG G7 ist seit ein paar Wochen da. Ist an sich auch ein gutes Gerät. Verkauft sich halt wieder nicht gut. Ist eigentlich schade. Warte, wir haben es trotzdem mal getestet. Der Peter, es verkauft sich wohl wieder nicht so gut. Der Peter hat es getestet. Vielleicht ja aus Mitleid, wenn Südkorea heute Abend verlieren sollte. Ja, aber dann kaufen die Leute trotzdem Samsung-Telefone. Unter der Fragestellung. Ist auch Südkorea. Ja, deswegen sage ich ja. Aus Mitleid kaufen die dann lieber Samsung-Telefone. Unter der Fragestellung, ob das LG G7 endlich keine Kompromisse mehr eingeht, beziehungsweise den Nutzer dazu nötigt, Kompromisse einzugehen, hat er sich das Ganze angeschaut. Ich scroll runter zum Ergebnis, bin selber jetzt überrascht. 83 Prozent. Das ist natürlich eine krass gute Bewertung. Also es scheint wieder, wie das G6 ja eigentlich auch ein gutes Telefon zu sein. Aber es brilliert auch. Es brilliert eigentlich kaum Verarbeitung, Haptik und Design brilliert ist. Genau. Aber sehr solide. Überall 4 von 5. Ich glaube, das wird halt tatsächlich, wenn die Nachfrage weiter so gering ist, wird der Preis ja auch stärker noch senken. Und dann ist es bald ein richtig grüner Preis. Also scheint grundsätzlich ein gutes Gerät zu sein. Den kompletten Testbericht unter giga.de slash android.de. Und zum Schluss schauen wir uns noch, oder hat Monika sich vielmehr die Saturn-WM-Angebote angeschaut. Saturn haut zur WM wieder viele Gadgets und Unterhaltungselektronikgeräte günstig raus. Zum Beispiel den LG 55-Zoll-OLED-Fernseher B7D. Aber auch hier so Boomboxes. Was haben wir noch? Noch ein Fernseher von Samsung. Eine Soundbar von Samsung und von Bose. Kopfhörer von Bose. Fünf Blu-Rays für 25 Euro. Ne Nintendo Swage. Ne Nintendo Swage. Ne Nintendo Swage. Ne Gear 4.2. Also verschiedene Geräte. Und Monika hat sie alle angeschaut und sagt euch, ob das wirklich der Bestpreis ist oder ob ihr das woanders günstiger bekommt. Das war der kleine Ausblick auf die Tech-Themen des heutigen Tages, die ihr auf giga.de lesen könnt. Und jetzt schauen wir in wahnsinnig viele Zuschauer-Kommentare. Psyana hat uns einen Kommentar in Binär-Code geschickt. Unser Marc hat sich die Mühe gemacht, den zu übersetzen. Und hat mir folgendes geschickt. Der Code bedeutet, jetzt muss ich kurz den... Du willst doch einfach den Binär-Code vorstellen. Ne, das dauert zu lange. Der bedeutet, geht es hier eigentlich um Technik oder um Fußball? Das eigentlich habe ich reingesetzt. Geht es hier um Technik oder um Fußball? Heißt der Binär-Code wörtlich übersetzt. Vielen Dank Marc für die Arbeit. Vielen Dank Psyana für die Frage. Es geht zur WM um beides, finde ich. Es darf auch mal um Fußball gehen. Das ist ja absehbar das Ende. Also der WM meine ich jetzt. Und insofern finde ich, ist es völlig okay, dass wir mal über Fußball reden zwischendurch aus. Und passend dazu kommentiert Becker. Amirs Fußball-Sermon ist frappant-provokant. Klammer auf. Ohne euch wären mir Teile dieses Vokabulars nicht bekannt. Frank ist das immer. Der sagt immer so Sachen wie frappant und Sermon. Ja, siehst du Frank? Kommt an bei den Leuten. Sermon habe ich noch nie gesagt. Kommt an bei den Leuten. Becker, vielen Dank. Sermon, weiß das nicht? Lachs? So, dann... Der Brust ist ein Rehobacht. Na ja, dann... Robust, solltet ihr wissen, müssen wir im Jahr 2019 als Jugendwort des Jahres etablieren. Deswegen haben wir das vor ein paar Wochen mal so oft gesagt. Immer robust sagen. Wenn es Essen gut schmeckt, robust. Robust. Täglich robuste Sache. Gestern ging es um diesen Smartphone-Airbag, in Anführungsstrichen, den ein junger Student im Schwabenland in Arlen erfunden hat. An sich ganz coole Sache, nur Töffli Tee hat zu Recht Angst auch davor. Das war ja so, da kommt hinten aus so einer Platte, die dann auf das Smartphone gesetzt, kommen so Metallhaken raus, die sozusagen abfedern den Fall. Und Töffli Tee sagt, ich hätte Angst, dass mir eine Ecke dieses Airbags beim Telefonieren meine Schläfe spaltet. Da hat er recht. Das ist tatsächlich so, wie das jetzt aussieht, ist das relativ gefährlich. Wenn das Fehl ausgelöst wird und du hast das Ding gerade am Telefon, hast du auf einmal diesen Metallzacken da in der Schläfe drin. Richtig festgestellt und ich habe jetzt auch Angst davor. Oder hast du das Handy in der Po-Tasche, setz dich hin und dann ist das eine eiserne Jungfrau mit. Töffli schlägt dann noch vor, pack doch einfach das Fußballgelaber ans Ende, das ist perfekt zum Einschlafen. Ja, mal gucken. Warum die alle nicht über Fußball reden wollen. Kai Duda fragt oder hofft vielmehr, dass auch die Sparkasse bei Google Pay mitmacht. Nein. Ich habe heute gelesen und es tut mir sehr leid für alle Sparkassenkunden, die Sparkasse hat heute per Tweet gesagt, nein, machen wir nicht. Ja, welche Sparkasse? Das sind ja unterschiedliche Institutionen. Aber es war, glaube ich, hier so der Sparkassenverband, weil sie nämlich eine eigene App namens Sparkasse Pay tatsächlich, glaube ich, rausbringen wollen oder schon rausgebracht haben. Hörst du nicht SPay sogar? Ich habe diesen Tweet jetzt hier nicht mehr. Ich habe sogar im Kino meine Werbung. Ich gucke mal, ob ich den nochmal finde. Sparkasse kommt zur Vernunft. Hier, Sparkasse. Google Pay ist keine Option, er sagt die Sparkasse und zwar, hier, der Sparkasse-Twitter-Account, also der Sparkasse-Account sagt, die Sparkassen gehen in Kürze mit der Mobiles-Bezahlen-App in den Markt. Unsere Kunden können dann ihre Sparkassenkarte oder Sparkassenkreditkarte digital mit ihrem NFC-fähigen Android-Smartphone nutzen. Eine Kooperation mit Google ist in Deutschland keine Option. Warum die in Deutschland betonen, weiß ich nicht, weil die Sparkasse gibt es sonst nirgends, meines Wissens. Nö, in Österreich doch auch, oder? Gibt es Sparkassenkarte? Die rote Sparkasse? Okay, vielleicht gibt es in Österreich eine Kooperation mit Google Pay. Auf jeden Fall kein Google Pay für Sparkasse-Kunden, dafür mobiles Bezahlen. Die Mobiles-Bezahlen-App. Hey, hast du schon die Mobiles-Bezahlen-App installiert? Ja, ich weiß nicht, was ich damit immer mache. Mobil bezahlen? Ja, richtig. So, dann fragt Sarah Szeny. Hallo Armin, glaubst du, dass in naher Zukunft Smartphones mit Kameras, die im Bildschirm integriert sind, aber ohne, dass man die Linse sehen kann? So wie es ja bei manchen Smartphones, ich kürze mal ab, mit integriertem Fingerabdruckscanner im Bildschirm ist. Nein, das ist nämlich anders. Die Fingerabdruckscanner unterm Display oder im Display funktionieren ja über Ultraschallradar? Radar, glaub ich. Ultraschall? Irgendwas. Bei einer Kameralinse, du meinst die Frontkamera, geht das nicht, weil wenn die ins Display, also das Display besteht ja aus hier Flüssigkristallen oder aus OLED-Elementen, da kommt das, da geht ja nichts durch. Also man kann die Linse eigentlich nicht hinter das Display legen, also zumindest zum aktuellen Stand der Technik. Also bei In-Display-Fingerabdrucksensoren geht das durchaus auch nur mit AMOLED-Panels. Da wird tatsächlich sozusagen so ein Lichtimpuls durch das Panel gesendet. Ach, das ist optisch, ja? Das ist optisch, ja. Das ist optisch. Ich dachte, das wäre irgendwie wirklich so Ultraschall oder Radar. Aber auch so wie nur mit OLED-Panels. Gut, dann geht es ja vielleicht auch mit einer Kamera hinter einem OLED-Display. Aber ich kann es mir gerade ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das wäre auch eher cooler als solche Rausfahrdinger. Oder Notches. So, dann, es geht noch weiter. Ryo Uji fragt, hallo Amir, welchen Fernseher würdet ihr mir empfehlen bei 1000 Euro Budget? Da kann ich leider nur eine sehr eindeutige Empfehlung. Legt nochmal 200 bis 300 Euro drauf und nimmt zum Beispiel diesen OLED 55, den es gerade bei Saturn für 1299 gibt. Ich weiß, dass es mehr als 1000 Euro, aber es ist es definitiv wert. Ich habe mir vor zwei Wochen einen OLED von LG zugelegt und das lohnt sich. Also, das ist ein krasses Bild. So, wie viel hat die LG jetzt dafür bezahlt? Nix. Liebe LG-Mitarbeiter in Deutschland, ich habe für diesen Fernseher 1260 Euro bezahlt. Gerne zurücküberweisen an mich aus Dankbarkeit jetzt. Ne, also, wenn du eh schon 1000 Euro ausgeben willst, dann würdest du dich später, glaube ich, ärgern, wenn du sozusagen den kleinen, den kleinen, den kleinen Schritt von 200, 300 Euro jetzt nicht machst und dann gleich einen OLED-Fernseher. Gibt es dann eigentlich auch kleinere OLED als 55? Ne, ich glaube, 55 ist das kleinste. Ich glaube, die bauen keine OLED-Displays unter 55 Zoll. Macht dann auch nicht so Spaß. Ja. Vielleicht einfach ein paar alte Samsung Galaxy-Handys. Macht dann auch nicht so Spaß. Also wirklich, deswegen, ich empfehle dir, leg noch ein bisschen drauf oder spar noch ein bisschen und hol dir dann einen OLED-Fernseher. Und bei OLED würde ich auch sagen LG. Also, die bauen gerade die besten OLEDs. OLED ist wirklich nochmal eine ordentliche Schippe drauf. Dieser Schwarzwert. Du glaubst es nicht, dieser Schwarzwert. So, Purple Alpha fragt, hat der Frank abgenommen? Hat er? Oder hast du gestern einfach nur ein weites Hemd angehabt? Ist das das gleiche Hemd wie gestern? Wo hast du gemacht denn heute? Ja, ich hab das zweifach. Tatsächlich. Ach so, Frank hat zweimal das gleiche Hemd. So, Frank hat also zumindest nicht wissentlich abgenommen. Kann sein, dass das aus Versehen passiert ist. Dezent. Ist aber dezent. So, und dann noch, zum Abschluss noch, hat Sefe Eolu, das war ja der Kollege, der gestern mal gespannt war, wie ich seinen Namen ausspreche, mir ein Kompliment gemacht und meinte, krass, Amir ist ja richtig gut in der türkischen Aussprache. Danke. Und den Erdogan-Vergleich, den Frank dann gemacht hat, den ich ja etwas fehl am Platz fand, fand er lustig. Also insofern, no harm done. Alles gut. Wir führen hier bei Giga auch bald das Präsidialsystem für Frank ein. In dem Sinne, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen, spannenden und, ich sag auch mal, erfolgreichen Fußballnachmittag. Ich zittere heute Abend. Brasilien ist ja auch alles andere als sicher im Achtelfinale. Also, morgen werden wir hoffentlich alle gemeinsam glücklich sein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.